Die chilenische Fußballnationalmannschaft zählt zu den erfolgreicheren Fußballnationalmannschaften Südamerikas. Ihr erstes Spiel bestritt die Nationalmannschaft am 27. Mai 1910 in Buenos Aires gegen eine argentinische Auswahlmannschaft, das sie mit 1 zu 3 verlor. Das erste Länderspiel folgte zwei Tage später an gleicher Stelle im Rahmen des zum 100. Jahrestages der argentinischen Mai-Revolution von 1810 abgehaltenen Campeonato Sudamericano und endete mit einer 0 zu 3 Niederlage gegen die uruguayische Fußballnationalmannschaft. 1916 nahm die Mannschaft am ersten Campeonato Sudamericano unter der Giede der Conmebol teil, wurde aber mit nur einem einzigen Punkt letzter. 1955, 1956, 1979 und 1987 erreichte Chile den zweiten Platz. Erst bei der Copa America 2015 durfte der erste große Titel gefeiert werden. 1928 nahm das Land erstmals am Olympischen Fußballturnier teil. 1962 richtete Chile die siebte Weltmeisterschaft aus und erreichte mit dem dritten Platz die bis heute beste Platzierung. Danach wurde maximal das Achtelfinale erreicht. In der FIFA-Weltrangliste im November 2015 stieg die Mannschaft von Platz 9 auf Platz 5. Was die beste Platzierung seit Einführung der Weltrangliste bedeutet. Im April 2016 schafft Chile durch einen 4 zu 1 Sieg in der WM 2018 Qualifikation gegen Venezuela sogar auf Rang 3 in der Weltrangliste zu steigen. Teilnahmen an der Fußball-Weltmeisterschaft. Teilnahmen an den Olympischen Spielen. Aktueller Kader. Rekordspieler. Trainer. Bei WM-Turnieren wurde Chile von folgenden Trainern betreut. 1930 Djördje Ort Ungarn. 1950 Arturo Bocciadi Chile. 1962 Fernando Rira Chile. 1966-1974 Luis Alamos Lugt Chile. 1982 Luis Sankt Ibnist Chile. 1998 Nelson Acosta Uruguay. 2010 Marcelo Bielsa Argentinien. 2014 Jorge Sempauli Argentinien. Länderspiele gegen deutschsprachige Fußball-Nationalmannschaften. Bisher gab es keine Partien gegen Lichtenstein. Siehe auch. Liste der Länderspiele der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft. Chilenische Fußball-Nationalmannschaft. Chilenische Fußball-Nationalmannschaft. Referenzen. Die FIFA Coca-Cola Weltrangliste. In. Die FIFA nennt Wiener Delma als Spielort. In einer anderen Quelle wird als Spielort Santiago genannt. FIFA.com Ende einer Leidenszeit. Fortsetzung einer anderen. FIFA Weltrangliste. Belgien ist die neue Nummer 1. Die Entwicklung von Chile in der FIFA Weltrangliste. abrsssf.com Chile Record International Players